Hallo Ingo. Hallo Ingo. Wie ist hier? Kilian und Tanja. Wir wünschen dir gute Besserung. Wir würden uns freuen mal nach Spanien zu kommen, euch zu sehen und uns umzuschauen dort. Jetzt ein bisschen lauter. Also wir würden uns freuen, euch zu sehen. Dann würden wir gerne nach Spanien kommen und dann im Halle kurz umschauen gerne und mit euch schöne Dinge dort machen. Tschüss. Hallo Ingo. Also ich sag's auch nochmal. Gute, gute Besserung. Ja, irgendwie bist du uns ganz nah. Ganz, ganz nah. Und ja, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Und wir umarmen dich. Wir umarmen die Kerstin. Wir umarmen euch beide. Ganz ähnlich. Ja. Bei uns ist wunderschönes Wetter. Nein, Spanien auch. Tschüss. Tschüss.